Ambriel. Ambriel ist der Engel der Kommunikation. Ambriel ist der Engel des Verständnisses. Ambriel hat als besondere Kraft, dass wir die Wahrheit sprechen, dass wir aber gleichzeitig, während wir die Wahrheit sprechen, auch freundlich mit anderen sind. Ambriel ist also derjenige, der besonders einen dazu anleiten will, wahrhaftig zu sein, aber dabei auch freundlich zu sein. Es reicht nicht aus, nur seine Wahrheit zu sagen, sondern muss sie mit Ahimsa vertreten. Ambriel steht aber auch dafür, dass man durchaus etwas stärker die Wahrheit sagen will. Ambriel hat die Farben orange bis rosa. Ambriel ist auch ein Engel, der die Erde behütet. Ambriel ist auch ein Schutzengel.